So, Aufwärmübung der Woche. Wir beschäftigen uns dieses Mal mit der heutigen Übung mit der Beweglichkeit, der Beweglichkeit im Rumpf. Und zwar sind es die Ausfallschritte mit Rumpfrotation. Also wir machen ganz normalen Ausfallschritt, setzen das Knie ab, beide Hände neben dem Fuß, jetzt geht die mittlere Hand nach oben. Halten das Ganze zwei Sekunden, komm hoch, das Ganze auf der anderen Seite, Hand wieder ablegen, schön rotieren, der Kopf geht mit und so weiter. Ich wünsche euch mal wieder viel Spaß mit dieser Übung. Euer Lars.